das weiß es ist er durch diese Runde tausend 700 Dollar halten du hast ja meistens er auch mal Prozent ich sag mal du hast ja mehr Zeit wochenende zum Beispiel das ist aber auch immer bei vier Stunden Zeit als ein Stück aufzunehmen vier Stunden was geht mit dir auch aber mehr dieser festladen mit hier der Stelle das sei nicht festhalten derzeit ist die Zeit die mit ihr fest anbietet so er werde das ist jetzt aus wenn es jetzt eine Aufnahme der ich natürlich ich dachte du musst aufhören 21 Uhr die ich bleibe noch kurz dachtest wochen so wie das hat das Stolz aber ich glaube die Leitungswürde was kommt der Fernseher das schon wird ihr muss gucken da bleibt er noch da Eltern an ich würde sagen in der Zeitung so einfach die aufhören am Wochenende es gibt da andere die Fahne mit der anderen auf dem so macht er weg Prozent wochenende muss übrigens erst um 20 Uhr weg aber heute er muss auch in dem Haus vor dem 20 Uhr er hat gelogen um ok m es lässt es ist das Linie was ist ein Stattung eigentlich mach jetzt erst mal keine Fahrt mehr weiter auf meine Aufnahme er hat mich immer so noch das so ein Leben wenn er sich nicht verfahren ich bin jetzt gleich ein eine ungeahnte Wendung uns ja ich werde wahrscheinlich irgendwann wenn ich es heute nicht das allein das Leben dann hat er das alles wieder auf und also erst wenn die Aktion es ist so abrucke so alle jetzt kommt zu Montag mit Play wenn ich es an das Poli Player Dr oder zu den Galatischen sollte das sein und verdammt ich muss es war die Ausmaßes griechen Probleme und ja ich habe ein Buch voll für wird schon das ist jetzt regt sich mal wieder auf Prozent Prozent der Diktest richtig weil er aufgrund der so viel war auch nicht so um so viel ab jetzt auch nicht so wie so Prozent ja aufstieg zweiter Runden die Welt das auch nur 54.000 Dollar zu er sieht man 60.000 auf einen Lohn von 20.000 bekommen gleich bekommen eine Minute Lohn also vorhin äh die ganze Geschichte ich fahr hier so ich kürzi so ab wer steht hinter mir das Ordnungsamt ja wir müssen sie nur auf Drogen und so ich war übrigens schon mal oder kurz ab erst mal auf Drogen untersuchen ja genau und ich war vor dem Drogenplatz diese Safebox aber die ist ja leer was das da war nicht oh ich hab keinen Überfahrt sorry sorry dass das zu sehen ja normalerweise fahr ich nicht so aber die laufen einfach wie die Behinderten herum die passen überhaupt nicht aber ich finde das haben sie ab und was geht denn hier ab ich finde das auf dem Zoll was er sich alle leckt wie Zauron der andere explodiert der andere der Vorrechte Ecke der andere die alle überfahre ich meine vor jetzt existiert Auto genau neben mir halt auch nicht als er wusste fast die Luftmann weil auch direkt vor mir explodiert ist wo warst du gemacht statt Halle ja ich bin gewahrt Prozent des Bahnhof es geht rüchstisch Abort jetzt sind die 1 zu 2 1 ich finde die 1 auf die Kusten richtig gut ich könnte mal den Tod und die Bittler oder machen und ich habe auch jemanden überfahrt soll er sehen ja ich war auf einer Schwur wenn er darauf rennt dann muss er dran glauben oder ein Auto jetzt hört man noch was vom Sound ich weiß ja nicht wie du wie laut du bist das ist der Scherz auf oder ja klar als ob ich ja irgendwie lex ist das viele flüssige 60 das ist doch auch Fremds ich habe bei der Exxon probiert aber das liegt mir irgendwie so ich mag Fremds am liebsten was die Witte an der Gäste Autoprogrammungsböck gut mit Schöpster passt schon Ler hey bei Galt 31.900 Oh bei der Steuern 3 319 zu sich steuern ein Steuerprozent sind 0 sind das 0 1 Prozent Respektusse das 1 0 4 Kunde Stand 0 Bargeld 4 54.50 Handy Kosten wie das 0 also ich weiß was nur Worte Zoll 0 Hauskosten Geschäftskosten Tag Steckosten Hausbieter Hotel Mietpreis 0 also ich will zumal sagen wir gucken mal ob wir es nur Hotel mieten können oder so wobei der Gehalt in das Konto oder was eh ja klar schon und dann würde ich mal dann würde ich mal sagen ach der Bank genau dass wir mal gucken dass wir mal Auto oder so bekommen oder Motorrad oder sowas also wir haben ja schon recht viel ob er zu der Tausse das nicht kostet aber das ist halt ein Server da muss man aufpassen um und zwar sind die es ist ja alles extrem hoch wenn man verdient extrem viel Geld allerdings kostet auch alles extrem viel okay ehrlich ziemlich schade als ich mag es eher wenn oft zur Welt geht ziemlich rar ist und verwandert eben nicht so gut bekommt und zwar dafür auch alles die so viel kostet es sei nicht weiter ihr euch und ich will das gleiche an aber ich weiß ich mag das mit weniger Geld trotzdem mehr das kommt irgendwie realistisch vor Prozent die sie sich ja das kommt auf hat feste eigentlich nach der Bank fährst du da gleich nicht so oder fährst du die nächste rechts hoch ich habe recht hoch verkaufe aus für 20 K ab wer ist interessant das ist was ich da verkauft hat hat vergessen dann stimmte irgendwas nicht was soll ich dann vielleicht schon geht es oder das wird zu drogen drin hoch vielleicht ist das Haus am letzten Scheißort der Welt würde das nie für 20 K verkaufen wenn ich bei so einem Geld wert ja ja ich wollte nochmal ich bin kein Taxi Punkt wo immer die ganze Zeit die Leute bei mir ein und so ja fahr mal da und dahin und ich so ich will kein Taxi an da bist du auch nicht die Formel er war der Staat beschädigt auch die die Lerbe neue ist die denken dass du das so eben nicht bist die also wenn ich jetzt gerade die Post wenn ich die Tour aufwärter mache ich das vielleicht aber so nicht nicht Punkt der war meine Spur das tut mir sehr leid wer jetzt sagen die Kälte aber zwei Händler gucken oder ja klar kommen ich werde sagen wir fahren es auf 2 3 und dann wie die Gäste ist insgesamt zu Bank und warte ich so gleich mal ich fahre ein offizieller insgesamt zu 85 K dass sie kommen bist du am Busbahnhof ich bin der mit dem Kassen-Einpack-Skills warum muss sie denn neuen Bus ja mal erst explodiert ein Schraub war der Bar er ist aber mit Fede oder das lässt gehen ich bin bei dieser Brücke wo noch der Stadt von Los Santos es geht er war der Mann und das Geld auch 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 das Spaß nach für das ist nicht für den gaben zu uns ist Köln also ich habe 21 K auf dem Konto und 3 60 K bei mir ich würde gerne was einzahlen ich hoffe alle 30 K Konto und 54 Kölner er habe es gelaufen auf jeden Fall man oder direktiv skill was heißt 80 Sekunden also ich frage achte alle 80 Sekunden als die Punkte zeigen lassen Anwaltsgeld also der Bus fährt maximal 100 dabei er soll zu werden ich bin der Axie das war mir die 1 Hallo Hallo Sherry